Dresdner, weil ich glaube, bisher auf jeden Fall Plauen mit dem Plus an Paraden gegenüber den Dresdnern. Vollkommen richtig und was auch typisch für Johannes ist, so die Abwehrumstellung muss man sagen, ganz klar, dass sie jetzt schon einiges gebracht hat. Sie hat sich wünschen, ein sehr athletischer Spieler. Oh, schön, das war gut, gut abgesetzt von Patrick Jockel und der bringt Hüttenberg wieder in Führung. Hier scheinbar öfter so spannende Spiele stattfinden.